Sie stehen im Rampenlicht, sie spielen vor 60, 70, 80.000 Zuschauern, haben ein tolles Erfolgserlebnis. Dann kommen sie hoch ins Zimmer und es ist Stille und sie sind ganz alleine. Der größte Fortschritt für mich ist die Bewusstseinsbildung, dass man eben nicht lapidar sagt, der hat es halt nicht drauf, der kann es nicht. Es wäre gelogen, wenn man gesagt hätte, man hat alles getan, das hat man nicht. Weil das Tagtägliche dich auch natürlich immer ein Stück weit wieder einholt, weil ganz einfach der Stein sich viel zu schnell rollt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017